In der Vergangenheit haben Entwickler großer Sportspielereien immer wieder versucht, Geschichten zu erzählen, die den Spieler vor dem Bildschirm fesseln sollen. Meistens scheiterte das aber kläglich. Deswegen möchte ich hier einmal näher darauf eingehen, ob für mich Sportspiele und tiefgründige Storys überhaupt zueinander passen. Gerade ist es wieder so weit. Mit etwa einem Jahr Verspätung begannen am vergangenen Samstag die 32. Olympischen Sommerspiele. In der japanischen Hauptstadt Tokio kämpfen seitdem die Nationen der Welt um Gold, Silber und Bronze. Der Sport im Allgemeinen schreibt dabei immer wieder schöne, traurige, aber vor allem auch dramatische Geschichten. Etliche historische Momente der Sportgeschichte schafften es bereits auf die Kinoleinwand. Mit Cool Runnings verfilmte Regisseur John Turtletaub beispielsweise den harten Weg des ersten jamaikanischen Bob-Teams, das sich im Jahr 1988 für die Olympischen Winterspiele in Calgary qualifizierte. Der preisgegründete Blockbuster Rush behandelt den intensiven Formel-1-Zweikampf zwischen James Hunt und Nicky Lauda in den 1970ern und mit das Wunder von Bern hat es auch deutsche Fußballgeschichte ins Kino geschafft. Wenn es jedoch um Storys in Sportspielen geht, wirkt die Umsetzung der Entwickler zumeist sehr schwach und vor allem fernab jeglicher Realität. Und trotzdem finde ich, dass die Schreiber weiter versuchen sollten, tiefgründige Storys zu erschaffen. Nach einem Jahr Abstinenz bekam das offizielle Spiel zur Formel-1-Weltmeisterschaft F1 2021 erneut einen Story-Modus spendiert. Als großer Fan der echten Königsklasse hat mich die Ankündigung einerseits zwar gefreut, andererseits kamen mir sofort ein paar böse Erinnerungen an F1 2019. Vor zwei Jahren versuchte Codemasters schon einmal eine spannende Geschichte rund um die Nachwuchsfahrer, Lukas Weber, Devin Butler und den eigenen spielbaren Charakter auf die Beine zu stellen. Das Ergebnis war eine durch und durch klischeehafte Story zum Fremdschämen. Mit Breaking Points, so heißt die Story im aktuellen Teil der Reihe, nähert sich das Entwicklerteam zwar meinen Vorstellungen einer virtuellen Formel-1-Geschichte an, doch das volle Potential schöpft Codemasters bei weitem nicht aus. In der Realität bietet die Formel-1 um einiges mehr ein Drama als stumpfe Intrigen und unnötige Duelle unter Teamkollegen. Die Story von F1 2021 ist unterhaltsam, aber dennoch geprägt von unlogischen Entscheidungen, die mir als Fan äußerst seltsam vorkommen. Mehr Tiefgang neben der Strecke hätte dem Titel definitiv geholfen, die Immersion zu verstärken und die Charaktere interessanter zu gestalten. Verhandlungen mit Sponsoren, Pressekonferenzen und Gespräche mit echten Fahrern und Teamchefs könnten den Story-Modus in den nächsten Jahren deutlich aufwerten. Das bedeutet zwar mehr Aufwand und eine Kostensteigerung in der Entwicklung, aber mit Electronic Arts steht Codemasters nun ein starker Publisher zur Seite. Schon im Jahr 2003 brachte die britische Spieleschmiede mit DTM Race Driver ein Rennspiel mit einer ansprechenden Story auf den Markt. Für die damalige Zeit sah der Titel zudem fantastisch aus und bot packende Racing-Action. Mit der spielbaren Figur Ryan McCain ging es in DTM Race Driver nicht nur darum, sich einen Namen in der Welt des Motorsports zu machen, sondern auch noch den Tod des eigenen Vaters auf der Rennstrecke zu rächen. Ein ähnliches Szenario für das offizielle F1-Spiel wäre natürlich ein wenig überzogen, aber es zeigt auch, welche Richtung ein Sportspiel einschlagen kann, um dem Spieler eine fesselnde Geschichte zu präsentieren. Erst kürzlich haben Electronic Arts und Codemasters auf der EA Play Live Grid Legends angekündigt. Im Fokus soll dabei eine umfangreiche Story mit aufwendiger Inszenierung stehen. In den Zwischensequenzen des Titels werden echte Schauspieler mit der Extended Reality Technologie zu sehen sein, die ebenfalls bei der Disney Plus Serie The Mandalorian zum Einsatz kommt. Vielleicht schafft es Grid Legends mit den Erfahrungswerten, die das Entwicklerstudio bei F1 2021 sammeln konnte, eine Story abseits vom üblichen Zero-to-Hero-Klassiker zu kreieren. Wer mich kennt, der weiß, zur FIFA-Reihe habe ich eine ganz spezielle Beziehung. Ich liebe es, mit Freunden den ganzen Tag auf dem virtuellen Rasen zu verbringen. Aber es gibt auch den Ultimate-Team-Modus, den ich komplett meide, und die grausame KI, die mit einer Fußball-Simulation absolut nichts am Hut hat. Außerdem bieten einige Teile der Reihe noch einen Story-Modus an. Zum ersten Mal in FIFA 17 eingeführt hatten sowohl The Journey als auch die Fortsetzung in FIFA 19 The Journey Hunter Returns zwar einige interessante Aspekte, doch diese nutzen sich sehr schnell ab und die Modi versanken in gähnender Langeweile. An dieser Tatsache war auch die Hauptfigur Alexander nicht ganz unschuldig. Ein richtiger Sympathieträger entwickelte sich aus dem jungen Briten nie. Gegen eine ausgereifte Geschichte, in der ich meinen eigenen Charakter erstellen kann und dann langsam an das Leben als Fußballprofi herangeführt werde, hätte ich dagegen absolut nichts einzuwenden. FIFA würde durch bestimmte Geschehnisse abseits des Platzes eine gehörige Portion mehr Glaubwürdigkeit eingehauft bekommen. Wenn ich gemeinsam mit meinem Berater einen knallharten Vertragsverhandlungen teilnehmen darf, entspricht das vielleicht nicht der absoluten Realität, aber es wäre definitiv interessanter, als die belanglosen Gespräche zwischen Alex Hunter und seiner Mutter immer und immer wieder anhören zu müssen. Ich würde mich auch gerne entscheiden dürfen, welche Art von Profi ich denn verkörpere. Nehme ich eher die Rolle eines Vorzeigespielers wie Toni Kroos ein oder komme ich auch mal wie ein Max Kruse aufgrund meiner Laster in die Schlagzeilen? Für Spieler, die auf dem virtuellen Rasen einfach nur Fußball spielen wollen, bietet FIFA zusätzlich immer noch genug andere Spielmodi. Der in den letzten beiden Jahren integrierte Volta-Modus wird dagegen wohl eher als nette Idee von Electronic Arts in Erinnerung bleiben. In einem eigenständigen Spiel wie FIFA Street funktioniert Volta meiner Meinung nach deutlich besser. Dann komme ich doch nochmal zu einem anderen Extrem. Seit vielen Jahren bieten die Basketball-Simulationen von 2K verdammt gute Story-Modi, in denen ich in etwa genau das bekomme, was ich mir von FIFA wünsche. Nicht nur auf dem Platz geht in der NBA 2K-Reihe die Post ab, sondern auch drumherum. Von der fantastischen Präsentation des Titels können sich viele andere Sportspieler auf jeden Fall noch eine Scheibe abschneiden. Pregame- und Halbzeit-Shows, abwechslungsreiche Interviews und Verhandlungen mit Sponsoren stehen dort auf der Tagesordnung. Doch leider hat in den letzten Jahren auch die Werbung den Weg in das Spiel gefunden. Und zwar so penetrant, dass bei NBA 2K 21 komplette Sports während der Ladezeit abgespielt werden. Selbst nach dem vollständigen Laden kann ich diese nicht abbrechen. Das wirkt sich auch auf die eigentlich recht ansehnliche Story aus und mindert den Spielspaß. Natürlich gibt es noch viele andere Sportspiele mit integriertem Story-Modus, die zumindest eine Erwähnung verdienen. Da haben wir die WWE-Spiele von 2K, deren Geschichten sich nicht außerordentlich ernst nehmen und mich deswegen doch hin und wieder zum Schmunzeln bringen. Auch sportliche Mario-Adventures versuchen sich häufiger im Erzählen einer Geschichte. Erst im Juni erschien mit Mario Golf Super Rush ein weiterer Sporttitel mit dem italienischen Klempner, der jedoch sein Potential nicht vollends ausschöpfen konnte. Trotz der Fühlschläge und Enttäuschungen bleibe ich der Meinung, dass auch Stories in Sportspielen sehr gut funktionieren können. Es braucht nur mehr Mut, besseres Hintergrundwissen und eine zündende Idee, um uns Spieler glücklich zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017